exoder blog echte gerichtsurteile ich bin anita farke und freue mich spannende urteile aus dem leben zu präsentieren physis zr 150 22 entscheidung vom 30 7 2024 rechtsprechung zur haftung von fluggesellschaften rechtsprechung über die haftung von fluggesellschaften bei verspätungen in einem aktuellen urteil vom 30 juli 24 hat der bundesgerichtshof bgh in karlsruhe über die haftung von fluggesellschaften bei erheblichen verspätungen entschieden der fall betraf eine passagierin die aufgrund einer verspätung ihres fluges erhebliche unannehmlichkeiten erlitten hatte und daraufhin schadenersatz forderte der bgh stellte klar dass die fluggesellschaften in solchen fällen zur verantwortung gezogen werden können insbesondere wenn die verspätungen auf ursachen zurückzuführen sind die in ihrem einflussbereich liegen der bgh führte aus dass airline betreiber nicht nur für technische pannen sondern auch für die planung und organisation ihrer flüge verantwortlich sind dies bedeutet dass fluggesellschaften proaktive maßnahmen ergreifen müssen um sicherzustellen dass ihre flüge pünktlich abheben und ankommen im untersuchten fall konnte die airline nicht glaubhaft darlegen dass die verspätung durch außergewöhnliche umstände wie etwa schlechtes wetter oder streiks verursacht worden war daher war die fluggesellschaft letztlich zur zahlung von schadenersatz an die passagierin verpflichtet die entscheidung hat weitreichende bedeutung für den bereich des luftverkehrs passagiere könnten nun ermutigt werden ihre rechte aktiver einzufordern wenn ihre flüge verspätet sind oder gestrichen werden juristen sehen in diesem urteil eine klare linie des bgh wonach die rechte der verbraucher in zunehmendem maße gewahrt werden fluggesellschaften müssen sich somit auf striktere anforderungen in bezug auf den umgang mit verspätungen einstellen experten der luftfahrt branche betonen dass es für airlines von entscheidender bedeutung ist die ursachen für verspätungen zu analysieren und entsprechende lösungen zu entwickeln hier ist die übersetzung des textes auf deutsch dde vorbeugende maßnahmen sowie die verbesserung der internen abläufe könnten dazu beitragen die zahl der verspätungen zu minimieren und die kundenzufriedenheit zu erhöhen zusammenfassend zeigt die entscheidung des bgh wie unverzichtbar es für fluggesellschaften ist sich ihrer verantwortung gegenüber dem passagieren bewusst zu sein die klarheit in der rechtsprechung könnte nicht nur das verhalten der airlines sondern auch die erwartungen der reisenden beeinflussen diese neueste entscheidung wird mit spannung verfolgt da sie möglicherweise den rahmen für zukünftige rechtsstreitigkeiten im luftverkehrsapparat bilden könnte autor anita farke donnerstag 12 september 2024 danke fürs zuhören denk immer an eine möglichst nette bewertung um uns zu unterstützen